So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Den ganzen Tag sitze ich schon da, weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe noch zwei Videos vorbereitet seit längerem. Dachte ich, heute ist der Tag, da lädst du das mal hoch. Dann dachtest du, nee, warte mal. Ich müsste ja eigentlich Giovanni suchen, finden, besiegen, Kresilja abholen. Ich rate euch, macht das nicht. Lasst mich das machen, damit man das mal sieht. Wenn ich es schaffe überhaupt, ich weiß es nicht. Spart euren Rocket Radar, Super Rocket Radar für was Sinnvolles. Dafür dürft ihr aber die erste Seite nicht verlassen. Aber ist eh schon zu spät, also egal. Und dann habe ich das gesehen, seit ein paar Tagen. Und seit ein paar Tagen bin ich am Rätseln. Und ich habe mir gedacht, komm, morgen starte das Event zur Weltmeisterschaft, den World Championships 24 in Pokémon. Generell, da wird ja GBL gekämpft, das sind auch wieder andere Sachen. Und Streams mit Trading Card, Weltmeisterschaften und so weiter. Da gibt es ein Event dazu ab morgen, okay. Da gibt es Streams dazu ab morgen, okay. Wo ihr sehen könnt, wie die sich gegenseitig kloppen. Es gibt aber auch drei Codes. Also man kann bis zu drei Codes aus den Streams rausholen, damit man im Spiel drei verschiedene Forschungen kriegt. Und das ist ja eigentlich alles kostenlos für jeden. Aber, wie würde Genaya sagen, ich bin verwirrt. Denn für mich sieht das so aus, wie ich habe absolut gar keine Chance, an diese Codes zu kommen. Weil, das erfahrt ihr gleich. Letztes Jahr war das schon kompliziert. Die Leute haben das gar nicht gerafft, wie das funktioniert. Da musstet ihr einfach nur hier Twitch euch angucken. Großbild dran. Habt eine halbe Stunde da reingeguckt. Das hat mitgezählt. Und dann ging nach einer halben Stunde ein kleines Pop-Up auf. Und da war ein Code, den konntet ihr kopieren. In euer Spiel rein. Und dann habt ihr da eure Belohnung bekommen und euer Zeugs. Dieses Jahr ist das wahrscheinlich anders. Oder ich bin blöd. Oder die sind blöd und ich kann es nicht richtig deuten. Auf jeden Fall steht hier dabei. Codes für befristete Forschungen während des Twitch-Livestreams von Pokémon Go. Ihr müsst also lediglich an Tag 1 und 2 der Pokémon Go Weltmeisterschaften 30 Minuten vom Twitch-Livestream von Pokémon Go anschauen. Trainer, die 30 Minuten eines offiziellen Chorus-Streams der Pokémon Go Weltmeisterschaften ansehen, erhalten sogar einen dritten Code. Für die befristete Forschung. Also Freitag, Samstag, Sonntag habt ihr die Möglichkeit Sachen zu gucken. Ich werde diesen Artikel auch in der Beschreibung verlinken. Damit ihr selber überall drauf klicken könnt. Weil da sind viele Sachen vernetzt, verlinkt, verzwickt. Und ich hoffe, dass irgendjemand von euch mich aufklären kann. Ja wie denn nun? Aber nach und nach hier. Tag 1, die Pokémon Weltmeister 2023. Wenn ihr den Livestream-Code von Tag 1 einlöst, erhaltet ihr eine exklusive Forschung zu Ehren von Itzaxen, dem Pokémon Go Weltmeister 23 in der Masters Division. Für die Forschung erhaltet ihr ein Pokémon, das ihm zum Jam-Titel verholfen hat. Darüber hinaus gibt es auch Begegnungen mit Zobiris. Dass sie sofort Attacke Dunkelklaue, Ladeattacke Schmarotzer beherrscht. Eine Top-Lade-TM. Das ist sehr cool. Und mehr. Wenn ihr den Code bis zum 31. August einlöst, gibt es sogar folgende Boni. Aber das ist egal. Wer tut sich denn jetzt am Wochenende einen Code holen und legt den dann auf seinen Tisch und sagt, den muss ich aber jetzt noch vor dem 31. einlösen. Also wenn man den hat, löst man ihn noch direkt ein. Deswegen guckt gar nicht auf 31. August. Rest ist auch egal. Deswegen guckt mal weiter. Tag 2. Wenn du am Tag 2 Teamgeist Superliga den Code aus dem Tag 2-Stream auf Twitch einlöst, gibt es eine befristete Forschung rund um die Grundlagen der Trainerkämpfe. Zur Belohnung begegnen dir einigen Pokémon, die sich in der Saison nach den Weltmeisterschaften gut für die Superliga eignen. Ihr könnt zwischen den folgenden Belohnungsbegegnungen auswählen. Da sind jetzt drei verschiedene Teams aufgelistet. Team 1. Dummisel, Mantax, Pampam. Von den Pokémon her finde ich ja Pampam ziemlich cool. Deswegen wäre das wahrscheinlich auch mein Lieblingsteam, was ich nehmen würde. Ich spiele damit nicht. Ich kämpfe damit nicht. Ich habe mit der Superliga nichts am Hut. Ich habe diese Season noch kein einziges GBL-Match gemacht. Seit ich den Main nicht mehr habe, habe ich keine GBL mehr gespielt. Aber Dummisel, Mantax, Pampam finde ich Pampam auf jeden Fall Highlight für mich als Pokémon. Genial. Team 2. Galas Mockmock, Pionscora, Igamaro. Bleibt für mich immer noch Pampam das coolste. Und Team 3. Ich bleibe bei Team 1. Das wäre das wahrscheinlich, was ich nehme. Pampam, Mantax, Dummisel. Einfach von den Pokémon, weil ich die am coolsten finde. Zusätzliche Belohnungen. 8.500 Staub und mehr. Für die nächste Season in Pokémon Go stehen jede Menge großer Neuerungen an. Also haltet Augen auf, um keine News zu verpassen. Den musst du hier. Die Codes sind bis zum 27. August gültig. Können jeweils nur einmal eingelöst werden. Aha. Und hier. Wenn du es bis 31. August einlöst. Das verstehe ich. Wie willst du denn bis zum 31. es einlösen, wenn die Codes nur bis 27. gültig sind? Das verwirrt mich. Da bin ich verwirrt. Aber jetzt. Die Co-Streamer. Die Co-Streamer der Pokémon Go Weltmeisterschaften grüßen aus Honolulu. Wenn ihr bei einem der offiziellen Co-Streamer einschaltet, könnt ihr eine dritte befristete Forschung erhalten, die in Honolulu, Hawaii stattfindet. Trainer, die von Freitag dem 16. August 21 Uhr bis Montag den 19. August 12 Uhr einen der offiziellen Pokémon-Go-Streams schauen. Pokémon-Go-Co-Streams. Ja, also das sind ja nicht die offiziellen. Da gibt es ja Tag 1 und Tag 2 in offiziellen. Aber während des ganzen Wochenendes gibt es die Co-Streams. Da erhaltet ihr einen Code für eine exklusive Forschung. Auf dieser Seite findest du eine Liste mit den ganzen Leuten. Aha, da gucken wir gleich mal drauf. Für die befristete Forschung winkt unter anderem eine Begegnung mit dem Weltmeisterschaften 2024 Pikachu und mehr. Wer ist denn jetzt hier aufgelistet? Ich gehe hier rein und ich sehe, hier steht schon mal oben einfach nur anstehende Streams. Morgen 21 Uhr. Pokémon World Championships. Pokémon Trading Card Game. Und am Samstag auch. 21 Uhr. Pokémon Trading Card Game. Also, ihr müsst auf dem offiziellen Kanal gucken, wie die kämpfen. Und Tag 1 und Tag 2. Und auf dem Co-Kanal oder was oder wie oder was ist das? Guckt ihr ein bisschen Trading Card Game und kriegt einen dritten Coder. Wenn ich jetzt hier unten weiter wühle. Das sind Caster. Okay. Das ist Twitch Drops. Das ist genau das, was mich verwirrt. Und jetzt steht hier Co-Streaming. Finde raus, welche Content Creator die Action der Weltmeisterschaften Co-Stream werden. Sunny aus der USA. Digipop aus der USA. Aura Lauch 6-7 aus der USA. Also, die Mädels sind wie immer. Mädels sind halt Mädels. Mädels sind halt keine Jungs. Das muss man ihnen lassen. Aber guckt euch auch mal die Jungs an. Das ist mir gleich alles viel sympathischer. Buzzerbob. Juice Prophet und Glovel. Richtig genial. Was haben wir hier unten noch? Hier, er droht gleich Dresche an. P.K. Sparks. The Pokémon Cast. Und die Elektrikili. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe immer irgendwie so eine Abneigung. Wohl in der letzten Zeile, die in der Mitte, das One-Shot-Gurl. Wirkt auch sympathisch, oder? Das One-Shot-Gurl. Ihr sagt jetzt wieder, oh, rechts, die ist übelst heiß. Guckt ihr die doch mal an. Das ist nach Tara. Na, na, na. Es geht hier nicht um, ne? Ab 18 und so. Wir wollen Pokémon. Und dann nehmt die mit dem Kopfhörer. Die sieht seriös aus. Die sieht seriös aus. Hast du Interesse an irgendwas und keine Ahnung? Ich glaube, du kannst dich da bewerben selber, dass du da irgendwie mitmachst. Und jetzt gehst du aber wieder hier hin. Und jetzt kommt der Knackpunkt. So könnt ihr die Kurze halten und einlösen. Ich dachte, das ist die Erklärung. Deswegen brauchst du auch gar kein Video machen. Aber hier steht erstens, dem offiziellen Pokémon-Go-Kanal auf Twitch folgen. So, hier ist der Link. Den seht ihr also auch. Dann kommt er hierher. Ich bin jetzt gerade angemeldet. Und hier ist der offizielle Pokémon-Go-Kanal auf Twitch. Da bin ich natürlich auch. Hier steht abonnieren. Ich denke, ich muss abonnieren. Aber abonnieren kostet ja da Geld. Also folgen ist folgen. Und abonnieren ist nix. Also egal. Da bin ich auf jeden Fall hier. Das habe ich schon mal gemacht. Ich folge denen. Zweitens. Das ist der Knackpunkt. Pokémon-Trainer-Club-Kondo mit Twitch verknüpfen. Führe die Schritte 1 bis 3 bei dieser Fuck-Seite aus, um euer Twitch-Kondo zu verknüpfen. Was ist denn, wenn ich kein Pokémon-Trainer-Club-Kondo habe? Ich meine, man kann ein Trainer-Club-Kondo zum Google-Kondo umwechseln. Man kann aber nicht ein Google-Kondo zu einem Trainer-Club-Kondo wechseln. Heißt das, alle, die ein normales Google-Kondo haben oder Facebook-Anmeldung nutzen, alles hin und her, die können das gar nicht mitmachen. Die haben gar keine Chance, an die Codes zu kommen, weil nur Leute mit einem Trainer-Club-Kondo da mitmachen können. Das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, aber irgendwie steht es doch hier so oder was? Hätte da gestanden, dass du dein Trainer-Kondo mit Twitch verknüpfen sollst. Aber es geht ja um das Trainer-Club-Kondo, was vom Trainer-Club ist. Also, naja, auf jeden Fall, wenn du das verknüpft hast, was ich ja nicht kann, da ich kein Trainer-Club-Kondo habe, musst du halt den Livestream ansehen. Denk dran, Tag 1, 2 oder 3, 30 Minuten lang den Livestream einschalten. Wenn man das Fenster klein macht, damit man nebenbei was anderes guckt, zählt das nicht. Du darfst nur das haben und nichts anderes. Du kannst das aufmachen und kannst so lange in die Badewanne gehen. Du kannst das aufmachen und kannst so lange einkaufen gehen. Dann ist das ja präsent groß. Du musst es nicht gucken. Es muss nur groß auf sein und nichts anderes. Freitag, 16. August, 17. August, 18. August, jeweils 21 Uhr. Fertig. Bla, bla, bla. Wiederholungen laufen auch. Auch in den Wiederholungen, die das ganze Wochenende laufen, kannst du dir die Streams raussaugen. Wenn ihr jetzt abends nicht präsent seid, könnt ihr das am nächsten Tag. Dann Twitch-Drops abholen. Ich bin absolut auf Twitch nicht unterwegs. Ich habe keinen Trainer-Club-Kondo. Wenn ihr einen Stream 30 Minuten lang geschaut habt, werdet ihr in einem Pop-Up aufgefordert, eure Twitch-Drops abzuholen. Diese könnt ihr übrigens auch über die Inventar-Seite für Twitch-Drops holen. Ja. Wird mir das jetzt trotzdem angezeigt, weil ich ja ein Twitch-Kondo habe und das Twitch-Kondo merkt, dass ich so lange geguckt habe und öffne trotzdem ein Pop-Up. Und da gehe ich dann drauf und dann habe ich da Zugriff zu. Oder nur, wenn ich das verknüpft habe mit meinem Trainer-Club. Ich habe keine Ahnung. Und dann Code abholen. Wenn du dann in deinem Twitch-Drop, was auch immer das ist, auf Abholen klickst oder getippt hast, öffnet sich Rewards-Pokémon.com. Dann wählst du Inventar-Anzeigen aus, suchst den Drop, wählst Code-Anzeigen aus und dann wird dir der Code angezeigt. Wie kompliziert kann man es denn machen? Also ihr versteht das ja alles. Ich nicht. Ich trinke öfters mal Bier. Montag zwei Stück im Stream. Ihr wisst Bescheid. Deswegen, ich raff gar nichts. Und Code einlösen. Kopiert den angezeigten Code in die Zwischenablage und öffnet die Seite zum Einlösen von Angeboten, um euren Code einzulösen. So, hey, das ist doch übelst easy. Ich dachte, wenn hier schon steht, dass ich da Rewards-Pokémon.com öffne, da dachte ich, du bist schon auf der Rewards-Seite und das wird schon, weil du ja verknüpft bist, schon einfach eingelöst. Aber du öffnest das, um dann nur dort aus den ganzen Drops, die du hast, dir deinen Code von dem Stream dann zu suchen, dir Anzeigen zu lassen, ihn wieder zu kopieren, um auf einer anderen Seite selber da ranzugehen, dass da rein... Also, ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nichts. Es gibt noch mehr Grund zu feiern. Das ist noch lange nicht alles, was wir zur Feier der Weltmeisterschaft in Peddo haben. Euch erwartet ein weltweites Event. Ja, das T-Shirt weiß wird weltweit über einen Code verteilt. Das ist natürlich ein Ding. Das ist ja für alle. Wenn also irgendeiner den Code von dem T-Shirt kennt und postet den, dann kann jeder, der den sieht, einlösen und das passt. Die ganzen News-Seiten werden den posten. Im Fan-Chat wird er bestimmt auch auftauchen. Wir werden ihn im Community-Tab posten. Also, okay, aber wie bitte schön komme ich denn jetzt an diese drei blöden Forschungen? Also, ich werde mal gucken, wenn ich angemeldet bin normal in meinem Twitch-Konto, dass ich das aufmache, dass ich das eine halbe Stunde laufen lasse und schaue, ob da ein Pop-Up-Fenster aufgeht. Und ich dann einen Drop habe, den ich nicht einlösen kann, weil ich keine Verknüpfung mit Dings habe. Oder ist das einfach wirklich alles nur ein Schreibfehler? Und es geht nicht darum, dass du dein Pokémon-Trainer-Club-Kondo verknüpfst, sondern einfach nur dein Pokémon-Go-Kondo. Egal, ob du Trainer-Club oder Facebook oder Google-Anmeldungen nutzt, dann wäre es fast so ähnlich wie letztes Jahr, nur irgendwie doch komplizierter. Klärt mich bitte auf, wenn ihr wisst, was wie wo. Oder hat Schilling vielleicht ein Video dazu gemacht, dann sagt es mir. Ich habe heute extra geguckt und dachte, ich gucke mir an, der erklärt das bestimmt. Ich habe jetzt nichts dazu gefunden, nur dass er irgendwas gesagt hat, dass man sich vorbereiten soll, indem man sich total runterpunktet, runterkämpft. Aber was ist mit die Codes? Schreibt es mir rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das sinnloseste, überflüssigste Video ever. Das ist der Donnerstag, meine Damen und Herren. Und ciao. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.